Das Asulein Club Punta Arabi liegt in Escanar in Ibiza. Die meisten Gäste des Asulein Club Punta Arabi würden das Hotel weiterempfehlen, die Weiterempfehlungsrate liegt bei 67%. Insgesamt haben 614 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,9 von 6 Sonnen wert. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 3,8 von 6 Sonnen bewertet. Hotel Allgemein. In der Kategorie Hotel Allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,6 von 6 Sonnen. Zimmer. Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,3 und 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.